Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Ähm, wo ich immer noch nicht weiß, wo Lydia ist. Aber ich habe eine neue Quest. Äh, bezahlte Schläger. Äh, schüchstere Danika reine Quelle in Weißlauf ein. Wo ist solch Person? Auf jeden Fall hier irgendwo. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Kann ich da einfach rein? Ja. Hier soll ich jemanden einschüchtern. Ihr sucht meinen Goppener Seem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Ne, ist doch Lydia. Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Äh, ich bin hier, um meinen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Los. Zeigt mir aus dem Holz, ihr müsst mir helfen. Schnapp ihn aus mir. Das werdet ihr, schnapp ihn euch. Stehen und einstecken. Au. Kann man gar nichts sehen. Auf, Alter. Auf, Alter. Wo ist die Lüge, wenn man sie braucht? Noch eine? Schnapp ihn euch. So, und jetzt? Ihr seid härter, als ihr ausseht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt. Keine Frage. Mhm. Jemand muss etwas unternehmen. Lasst ihn damit nicht davon kommen. Ihr wisst, was ich tun müsste. Ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Ach. Lebst du auch wieder? Ja. Halt ihr das nicht aus. Das ist aufhör. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Ach so, ja, das, äh. Ich fühle mich schon besser. Muss ich ja auch noch machen. Jetzt kann ich denn... Müsste ich was für mich tun? Was denn? Was braucht ihr? Das weiß ich auch noch nicht. Braucht ihr mich noch? Bin immer noch da. Was ist denn los, meine Güte? Ihr wirkt irgendwie überwesend heute. Es ist nichts. Ich bleibe hier und passe auf. Ihr konnte es nur so weit kommen, Danika. Wir brechen auf. Wie ihr befehlt, Tana. Die ich nehme mit. Kann ich jetzt aber auch mal... Ich würde auch gerne meine Sachen wieder in die Hand. Hier meine Axt. Und meine Magie. Den hat er noch. Ich glaube, die Worte, die ihr benutzt habt, um ihn mir zu beschreiben. Okay. So. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt können wir... Der Fahrgast zurück. Äh, Lydia. Ich merke schon, was kommen wird. Ihr seid der Beste. Ja, schön. Äh, nein. Eines Tages, meine Kleine. Eines Tages. Aber nicht jetzt. Denn momentan habe ich noch kein Haus. Und dementsprechend kann ich nicht dein Vater sein. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Fakas nicht unten. Nee, draußen liegt mal, oder was? Hier. Steht da rum. Hey, Fakki. Skjord sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Du hast nix. So. Ich habe mich um das Problem in Weißlauf gekümmert. Leute herumzuschubsen macht manchmal Spaß, oder? Gute Arbeit, Bruder. Ich suche nach Arbeit. Skjord hat vorhin nach euch gesucht. Was will er? Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Okay. Aber wo? Wie weit sind wir denn hier? Kann ich denn... Hä? Mein Charakter... Ähm... Fertigkeiten? Ach, das dauert ja immer noch so ewig. Gott, du, 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 du. So, wo ist der diesmal hier? Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kam. Schön. Aber das ist schon in Ordnung. Gleich greift sie wohl den nach draußen hin. Ist so doof, einfach. Die ist so doof, die Frau. So, wo ist ein Fakka? Ah, da seid ihr ja. Wo ist denn der? Hm. Ja, wo muss der sein, oder? Oder haben wir die Quest gerade wieder nicht aktiv? Ja, hier. Eskuro. Da. Eskuro. Da seid ihr ja. Ihr wolltet mich sehen? In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Was meint ihr damit? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Äh, was hat das mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Was? Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Als Schwester. Enttäuscht uns nicht. Und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Okay. Aber. Aber. Hat Lydia nicht noch Beef mit dem? Ich frage mich immer noch, warum es geht euch? Mein Januar. Wo ist denn Farki? Da ist Farkas. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Werdet ihr mein Schildbruder sein? Sag mal mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ich bin zu Hause, falls du. Okay. Aber irgendwann gewöhnt ihr euch daran und dann wird es schneller schlafen. Äh. Solltet ihr danach wieder zu einem Kurzschwert greifen, dürftet sich an Fuhlwärme stricken an. Ich habe noch nie im Leben alles mit. Also gut. Dann wollen wir mal. Ich habe gehört, dass ihr anlieblich stärker seid, als ihr aussieht. Vielleicht können wir mal zusammen auf den Jahr. Habe ich jetzt beide eigentlich dabei? Lydia und den? Oder? So, wo müssen wir hin? Da hin. Ne, da waren wir noch nie. Aber wir können hier schnell reisen. Von da aus ist es nicht mehr so weit. Stehen gleich drei Riesen und töten mich. So, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, genau da lang. So, man weiß nie, was kommt. Und? Wir wissen ja hier, das Gebiet ist, äh, nicht so sicher. Scheiße. Ist der jetzt weg? Ja Boah Alter Fick dir einfach mal einen Drache über mir rum, ne? So, als wäre es nix Oh, so, heilig, guten Tag Äh, ich bin hier der neue Nachbar Der Schwede, ey So, wo soll denn hier Hier gibt es auf jeden Fall was Schönes Gibt es hier aber irgendwas Schönes, ne? Ich muss da nun, ne? So, aber Lydia ist dann nicht mehr dabei Also man kann nur noch einen mitnehmen anscheinend Aber Lydia ist eh blöd Die mag ich nicht mehr Greift immer die armen Leute an Ich weiß halt nie, wann Schluss ist So, also stehlen kann man hier schon mal nicht Hier scheint jemand gegraben zu haben Aha Das ist vor kurzem Seid vorsichtig Gold Nein Ja, ich bin vorsichtig, ja, ja Morgen hoch Nehmen wir natürlich mit Erstmal Spitzhacker Dietrich Hm, das nehmen wir auch mit Hey, first try Seelenstein Zaubertrank nehmen wir mit Ich würde es hier auch nicht überall rumwühlen Aber ein bisschen was nehme ich halt schon mit Vorsicht bei den Grabstallen Vorsicht bei den Grabstallen Ich bin da Höh Boah Hau die ganz schön rein hier Ich aber auch Nebst du noch? Ja gut Den müssen wir hier aufpassen Ja, ne Der darf nicht sterben Wurde mir gesagt Also sorgen wir mal dafür Dass er nicht stirbt Vielleicht So Habt ihr neben der eine geflogen ist Von meinem Ball War schon cool Oh Ja Hau da rein Du Der hat ganz schön Power Der Kollege Gott Kannst du wieder spinnen oder was? Ich glaube ich spinne Gold nehme ich natürlich immer mit Ja schon über 2000 Hey Wenn es wirklich War es 5000 oder was mehr? Ich meine Möbel und sowas Brauchen wir dann auch, oder? Dann Na ja Wir gucken mal Ich weiß gar nicht wo ich hin muss Verzaubern will ich nix Oh Ei Okay Jetzt schaut nur was ihr euch da eingebrockt habt Toll Keine Angst Rührt euch einfach nicht vom Fleck Ich finde den Auslöser schon Ähm Was war das? Es ist Zeit zu sterben Hund Ähm Wir wussten, dass er kommen würde Ähm Hä? Scheiße Das ist egal Wenn er diese Rüstung trägt, stirbt wer Euch zu töten wird eine ausgezeichnete Geschichte abgeben Na toll Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen Hm Du Scheiße Der ist ein Meerwulf Heiliger Strohsack Aber Ähm Das War ja cool Ach Aber Ähm Ähm Warum? Ich habe nix gesehen Ich hoffe, ich jage euch keine Angst ein Ich weiß noch nix Was war das? Ich kann ein Drache sein Werdet ihr mich zu einem Meerwulf machen? Nein, nur der Zirkler hat das Bestienblut Stellt eure Ehre unter Beweis, um ein Gefährte zu werden Augen auf die Beute Nicht auf den Horizont Wir sollten weitergehen Die Traur machen uns noch Probleme Okay Mein Freund Du Machst mir Angst So, hier war auf jeden Fall der Hebel Aha Sehr nett So, wo sind denn die Rauke? Oh, hi Du Jod Mein Kopf gehört mir selbst, du blöde Bitch Kann ja wohl nicht sein, was die gelabert, Alter Und wenn die Katze da oben nicht bald mal aufhört zu nerven Dann gibt es einen Satz Warmer rum Muss ich hier lang? Ich decke doch mal, oder? Nein, sonst war ja hier nix Oh, diese Katze, diese Verfickte Das geht mir so auf den Piss Muss auch mal bald Schluss sein, ey Mann, Mann, Mann Ist da jemand? Nein Alter, jetzt hau doch mal richtig zu mit deiner Kack-Axt Oh ja Oh, tödlich Ah, jetzt hau Schuss Wo sind die Leiche? Hier Rolkt Rolkt Ja, ich bin gierig Es tut mir leid, aber ich bin gierig Ah, nicht ganz Ah Oh, Rolle Nehmen wir natürlich auch mit Hast du noch ein bisschen Gold? Jawohl Die brauchen das Gold ja eh nicht mehr Wo sind die Sau hier oben jetzt hin und flogen? Was ist das in der Urne? Gold? Überall Gold hier Boah, Alter Also gut geflogen War ich nicht Ich weiß halt nicht, wo es lang geht Hm Ha Du wirst, dass der aufsteht Gold Gold Hier ist niemand Schön in den Schädel Oh, am Tisch Auch hier wieder Gold Das Gold Leppert sich gerade Ein bisschen Hier Das sah voll lebend aus Aber der Haha Der einfach mal schon tot ist, bevor er aufstehen konnte So, das Gold Soll meine sagen, ich bin geldgierig Ich werde natürlich nicht alles hier öffnen und mitnehmen, aber So ein bisschen was nehme ich schon Ne Nix Da oben war einer auf jeden Fall Ich hab dich doch bemerkt da oben, Penner Ja Ja Ihr sterbt schnell Tomate brauche ich nicht Zwei haben auch nicht So ein Helm Ich weiß gar nicht, was haben wir denn aktuell So eine Rüstung Siebenundzwanzig Das da Hallo Das hier macht 24 Ne, brauchen wir nicht Er hat auch noch ein bisschen Gold für uns Ein paar Pfeile nehmen wir noch mit Oh Irgendwie easy Hier Momentan Ja, da merkt man schon Das hier ist so Eher unser Niveau erstmal Ne Dann wird's mal Oh, der ist schon ein bisschen Ja gut Okay Oh, der hat noch ganz schön viel dabei Hier Staub Pfeile, wie gesagt Ne Oh, ne Truhe Ohne Schutz So Weiter geht's in die Krypta Kryptanit Das heißt Kryptonit, du Affe Ich bin nicht Tony Oh man Er lag mir direkt zu Füßen Ach schön Was denn Ah, ich weiß Sei nicht so hart zu dir selbst Es ist okay, wenn du fällst Ähm Geht'n hier ab Wird auf jeden Fall schon gekämpft Aber wir sind noch gar nicht da Wo ist er denn? Der hat dich echt abgehauen Hä Da Keine Magitarre Warte Ja, die sind immer in der Hand Fatze Ich guck mal nach Trank Resistenz Nein Magikar Ja komm Lauchte Ne Warum liegst'n dann? Hä Warum liegst'n? Hä 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 Du Lauch Den hier nehmen wir auch gleich noch mit Ein Barren Ja Oh Gold haben die aber gut dabei Krankheitsheilung nehmen wir auch mal noch mit Ich weiß ja nicht Oh Buch Ja die haben alle Silberschwerter dabei Truhe So Und wie es hier weiter geht Sehen wir in der nächsten Folge Von Skyrim Bis dahin sag ich Tschüss Bis dann Bye Bye